Ich begrüße nun Herrn Michael Hendricks im Studio, mit dem ich das Thema Strafrechtsschutz näher beleuchten möchte. Herr Hendricks, seit wann gibt es die Möglichkeit, Strafverteidigungskosten zu versichern? Also diese Polizen zur Deckung von Strafverteidigungs- und auch Gerichtskosten oder Sachverständigenkosten sind Mitte der 70er Jahre in Deutschland entstanden. Es ist auch tatsächlich eine deutsche Erfindung, diese Strafrechtsschutzversicherung, weil es also nirgends in der Welt so viel Strafverfolgung gibt wie in Deutschland. Anknüpfungspunkt für diese Deckungen war eigentlich das Umweltstrafrecht, das in vielen Nebengesetzen verteilt war. Und in den 70er, Anfang der 80er Jahre hat sich der Gesetzgeber dazu entschlossen, das Umweltrecht, Umweltstrafrecht zentral im Strafgesetzbuch zu regeln. Damit setzte eine Verfolgungsintensität in Deutschland ein, die also alle in Angst und Schrecken versetzte und nicht zuletzt auch von der grünen Politik mitbetrieben wurde. Ich sagte, dass das eine reine deutsche Erfindung ist und das ist nach wie vor so. Wir haben im Ausland sehr wenige Strafrechtsschutzpolizen, allenfalls in Skandinavien, in den nördlichen Ländern, da gibt es solche Deckungen vereinzelt. Aber in Deutschland würde ich mal sagen, ist mittlerweile jedes dritte Unternehmen versichert.